Hallo, willkommen bei Eveline on the Road, heute aus Gras. Das Wetter war nicht so optimal, darum sind wir mit dem Bus von Senesen nach Gras gefahren, eine Fahrt von etwa einer Stunde 50 Minuten. Gras ist ein Städtchen mit etwa 50.000 Einwohnern und es ist die Parfumstadt in Frankreich und das werden wir uns heute mal anschauen, ohne Motorrad.